Was spielt sich hier ab? Wir haben wieder die Woche der Wiederbelebung, die im Kreis Meckmann unter dem Motto Rescue Me läuft. Wir möchten hier die Bevölkerung gemeinsam mit den Hilfsorganisationen und der Feuerwehr und dem Bevölkerungsschutz über die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die Anwendung eines ARDs informieren. Das ist so wichtig, weil der Rettungsdienst halt nicht sofort vor Ort ist und es auf jede Minute ankommt, brauchen wir den Bürger, der diese drei einfachen Schritte durchführt. Einmal feststellt, ob die Person Hilfe braucht und natürlich ganz wichtig, Hilfe ruft über die 112. Und wenn festgestellt worden ist, dass der Patient nicht reagiert und keine Atmung hat, dann auch eine fachgerechte Herzdruckmassage durchführt. Das ist kinderleicht oder schockierend einfach, wie man auf unseren Puppen sehen kann. Und das zeigen wir hier halt dem Bürger, damit wir auch die Quote, sag ich mal, auf holländisches Niveau kriegen. In Deutschland haben wir in 40 Prozent der Fälle einen Ersthelfer am Patienten, wenn der Rettungsdienst eintrifft. In den Niederlanden sind es zum Beispiel schon 80 Prozent und da müssen wir hin, um 10.000 Leben zu retten. Nein, der macht's gut. Ein bisschen schneller. Da unten muss... Moment. Ich bin der untere, oder? Sie? Nee. Doch, Sie sind der untere. Genau. Ein bisschen schneller noch. Es muss grün werden. Ja, sehr gut. So ist super. 100 bis 120. Genau, richtig. Korrekt. Wir geben ja da deutlich mehr Energie an. Ich bin hier schon länger jetzt. Ja. Mindestens fünf Zentimeter. Können Sie sogar ein bisschen sanft verbrücken. 52 ist ja auch nicht so doll, ne? Ja, aber die gibt es nicht vergessen. Aber ich glaube, keine Wagen, ne? Da können Sie ganz normal mit zu guter Atem. Da durch können. Was heißt denn 52 und 57 Prozent? Der wertet das aus, unterrechnet das, wie die Drucktiefe war, also ob Sie zu spach oder zu tief gedrückt haben, ob Sie in der richtigen Geschwindigkeit gedrückt haben und natürlich auch die Unterbrechung gemacht worden ist. Weil das jetzt eingestellt auf 30, Kompressionen und zwei Behalten. Ach so, okay. Genau. Und der rechnet daraus den Score und sagt allem dann, wie gut man ist. Das ist besser. Das ist besser.